Angenommen du landest auf Volskaya Industries und hast nicht den passenden Winterskin dabei, willst aber trotzdem stylisch aussehen. Dafür gibt es jetzt diese Schals. Passendem Overwatch-Design mit Logo und Schriftzug jeweils auf den Seiten, auch in zwei verschiedenen Varianten. Einmal die mutigere farbige Variante in dem Orange von Overwatch und einmal die schlichtere Variante in schwarz-weiß beziehungsweise grau, aber steht dem Ganzen nichts nach und hat als kleines extra Detail noch einen kleinen Patch an der Seite, auf der das Logo bzw. der Schriftzug zu sehen ist. Der bunte Schal ist ein bisschen länger. Er ist 1,55 m lang und hat eine Breite von 23 cm. Der schwarz-weiße Schal ist ein bisschen kleiner im Gesamten. Er hat eine Länge von 1,50 m und eine Breite von nur 22 cm. Beide sind aber doppellagig und halten verdammt warm. Sie sind aus Polyacryl gefertigt und für den Winter optimal passt. Oder für Volskaya Industries. stream. www.t natuur.gov findestagul fest να Untertitelung des ZDF, 2020